Und ich glaube, ich habe mich gerade so ein bisschen selbst geworderbordet. Quantanamosen, Scheiß dagegen. Ich glaube, ich habe Trinken eingeatmet. Brennpunkt Internet. Ja, du hast richtig viel. Sehr gut, ich nämlich auch. Vielleicht muss man dann vielleicht mal ein bisschen strecken. Wir können ja heute auch einfach ganz langsam reden. Und dann können die Zuschauer selbst entscheiden, ob sie die Geschwindigkeit etwas hochdrehen möchten. Bring die Leute nicht auf dumme Gedanken. Nicht, dass das unsere Watchtime beeinflusst. Und wir müssen das Video eh auf elf Minuten strecken, um Werbung schalten zu können. Oh ja, Werbung gibt es bei uns im Podcast ganz viel. Der heutige Sponsor ist, halt dein Maul. Geil. Einfach mal in die Fresse halten. Halt dein Maul ist einfach so eine richtig geile Aussage. In letzter Zeit sage ich das sehr oft und sehr gerne, weil... Das ist genderneutral. Das ist nicht gegen Behinderte. Weißt du, du kannst einfach jedem sagen, halt dein Maul. Das stimmt. Kann sich keiner angegriffen fühlen und trotzdem können sich alle angegriffen fühlen, weil sie gefälligst ihr Maul zu halten haben. Es gab auch von Peter letztens eine Liste von Schimpfwörtern, die man nicht mehr nutzen sollte. Sowas wie Kuh und Schwein. Da haben sie auch Alternativen aufgezeigt. Ist doch schön. Ich würde auch lieber Sachen sagen. Also ich finde auch Begriffe wie Arschloch viel treffender als Schwein. Ja, aber was ist denn Leute, die einen Arschloch-Fetisch haben? Die sagen dann, du kannst doch nicht Arschloch als Beleidigung verwenden. Ich bin da angegriffen von. Aber einen Arschloch haben wir alle. Ja, aber dumm sind wir auch alle mal. Und dann kann man was sagen. Dumm kann man ja auch sagen. Es geht ja um Worte wie Idiot und so. Oder Spaß. Das sind Sachen, die man nicht mehr so benutzen sollte. Oder Schwein und Kuh und Huhn. Tino, das fängt ja richtig gut an mit dir hier. Ja, so ein bisschen linksgrün versiffte Schleimspur am Anfang ist auch nicht verkehrt. Auf der wir schlittern können in die Zukunft. Ich kotze. Wir hatten diese Diskussion mal in der Oase oder so. Da habe ich gesagt, ich sehe halt einen großen Unterschied zwischen dem N-Wort und was war das andere Wort? Das B-Wort, behindert. Nee, da hat einer Mongo gesagt zu, also es war irgendwie so ein Formel-1-Bla, interessiert kein Schwein-Event. Aber der hat halt einen so genannt. Und dann habe ich halt gesagt, dass da ein Unterschied ist zu anderen Sachen, weil Dinge, die... Also wenn man zum Beispiel sagt, der ist behindert, ja? Ja. So, dann ist das ja was anderes, als wenn man sagt, der ist ein Mongo, weil das von Anfang an eine Beleidigung war, behindert, aber ein offizieller medizinischer Begriff ist. Mongo ist doch nicht schon immer eine Beleidigung gewesen. Es gibt doch mongolite Menschen. Ja, aber die heißen dann Mongolit und nicht Mongo. Das ist ja schon eine Abkürzung. Ja, aber es kommt ja daher. Natürlich kommt es daher. Wo kommt denn das N-Wort her? Das hat ja auch einen Ursprung. Ja, eben auch. Deswegen sagt man es ja auch nicht mehr. Das kommt ja auf den Ursprung an. Und Mongolit ist keine Beleidigung. Und Mongo dann eigentlich auch nicht. Aber Negride ist auch keine Beleidigung. Ja. Naja. So, aber deswegen kann... Also, Tino. Deswegen sagt man es ja auch nicht, weil es keine Beleidigung ist. Was? Tino, wir sind Brennpunkt Internet. Ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Tino Anranscher kriegt gleich einen Anranser. Und Eubel Nostra. Nostra Bambus. Nostra Bambus habe ich auch noch nicht gehört. Das ist richtig gut. Danke. Ach, Tino. Ich weiß nicht. Diese Woche, da gab es schon so ein... Das ein oder andere Event. Aber das waren alles so... Ja, komm, was willst du von mir? Sachen, weißt du? Wir müssen spoilern. Es wird eine sehr schwache Woche. Ja. Also, finde ich jetzt. Es ist wenig passiert. Es ist trotzdem... Also, in meinem Kopf ist relativ viel passiert. Was immer so ist. Und es sind halt so viele Sachen, wo du dir sagst, sind die denn jetzt bescheuert, Alter? Hier zum Beispiel. US-Politiker fordern Verbot von GTA. So. Das ist ja nichts Neues. Ja. Dass Ballerspiele verboten werden sollen. Das ist auch so eine Nachricht. Alter, ich muss mal gucken. Hört man das sehr, wenn mein Stuhl so quietscht hier? Ja. Ich muss mal gucken, wie ich hier so sitze, Alter. Also, ich... Also, ich höre es. Ja. So, jetzt sitze ich anders. Ähm, hier. In den ersten drei Wochen von 2021 kam es im Großraum Chicago zu 144 sogenannten Carjackings. Gemeint sind Diebstähle, bei denen die Besitzer mit Gewalt bei laufendem Motor um ihr Auto gebracht werden. Offiziell heißt es, dass in Deutschland... Äh, heißt das in Deutschland räuberischer Angriff auf Kraftfahrer. Uh, wie schöner. Das ist ganz oft passiert. Bla, 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 bla. So, einer der beteiligten Politiker sagt, ich denke, dieses Spiel ist zu einem großen Problem bei diesem Thema geworden. Zitiert die Chicago Sunday Times. Wenn man Spiel und Realität vergleiche, seien starke Ähnlichkeiten in Bezug auf diese Carjackings erkennbar. Das ist so eine dumme Scheiße. Das gab's doch schon immer, Carjacking, nicht erst seit... Ja, nein. Da ist ein Spiel, was die Realität abbildet und dann sagt man, oh, dieses Spiel, das inspiriert die Realität. Das ist ja dumm. Ah, ich weiß nicht. Das ist derselbe Müll, wie schon seit 20 Jahren irgendwie so gefühlt. Dass Ballastspiele aggressiv machen und sie fördern Gewalt und so weiter. Ja, es gab diese Amokläufer, die haben zu Hause wohl geübt bei Counter-Strike und so. Aber das ist doch jetzt nicht die Masse. Nein. Und es essen ja auch alle akzeptierter Brot. Du kannst auch bei Counter-Strike nicht üben. Du kannst gar nichts. Das hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Du kannst nicht üben, eben. Maximal kannst du in deinem Kopf irgendwie planen, wen du abschießen willst. Wenn du sagst, irgendwie derjenige ist jetzt mein Lehrer und bumm, Kopfschuss. Ja, bumm. Aber du kannst nicht wirklich üben, wie du schießt. Also eine Waffe in der Hand halten, weiß ich aus eigener Erfahrung, ist was ganz anderes. Tino, du sollst nicht immer über dein Sexleben reden. Ach, meine alten RAF-Zeiten, meine RAF-Zeiten. Ah, okay. Ich habe diesen ganzen Scheiß ja eigentlich nur mit reingenommen, weil ich es sehr witzig fand, was sich noch in diesem Artikel verbirgt. golem.de ist dieser Artikel. Und ganz unten steht dann Reklame. Hier geht es zur GTA 5 Premium Edition bei Amazon. Ach, lustig. Die ganze Zeit so, ah ja, der Politiker sagt, GTA ist ganz böse. Hier, willst du es übrigens kaufen? Das ist doch gutes Product Placement. Durchaus, ja. Fand ich sehr, sehr gut. Es gab mal so einen, weiß ich nicht, ob ich das viralen Hit nennen kann, aber als ich so anfing mit Schüler-VZ und Studi-VZ damals, da gab es immer so ein Bild, was rumging von einer Tageszeitung, in der sie berichtet haben über Konzentrationslager, Auschwitz und so Gaskammern. Und dann war rechts unten auch so ein Werbeausschnitt von, wie hieß denn der Anbieter? Yellow Strom oder so. Wir liefern ihr Gas günstig. Ei, ei, ei. Unangenehm. Ob das ein Fake war, weiß ich nicht, aber es war jedenfalls etwas, was einer der ersten viralen Memes gewesen ist. Da war ich doch ein Kind, ein Pimp. Du warst ein Kind, viele sind jetzt gerade noch Kind und es gab ein Event, das hat das innere Kind eines jeden berührt, außer mich, denn ich kann es nicht mehr sehen. Tino, weißt du, was diese Woche für ein geiles Event war? War Weihnachten? Nee, es war die Nintendo Direct nach anderthalb Jahren mal wieder. Das ist doch diese Pressekonferenz, oder ne, ne, diese Vorstellung von neuen Sachen, die kommen werden. Eine PowerPoint-Präsentation quasi. Eine PowerPoint-Präsentation, genau. Ja, es gab die Nintendo Direct und es gab auch mal wieder eine State of Play von Playstation, das ist quasi sowas ähnliches. Kommen wir gleich noch zu, aber was ist denn auf der Nintendo Direct alles Geiles gezeigt worden, Tino? Die Nintendo Switch 2 und da kann man jetzt quasi... Switcher. Genau, die Switcher, die ist noch switcherischer und da kann man jetzt Super Mario spielen in Real Life. Man kriegt quasi nur ein Paket mit einer roten Mütze und einem Schnauzbart zum Aufkleben und einer Latzhose und dann kann man quasi in den Zooladen gehen und da Schildkröten tottreten. Würde kaufen. Wenn das dann legal ist, das Tottreten? Äh, fast, Tino, fast. Es gab irgendwie das 500. Remake von Zelda, Legend of Zelda, wie heißt es? Skyward Sword. Geil. Okay. Es gab irgendwie nicht so viel Neues. Ich hab's nicht so ganz verfolgt. Ich hab's halt im Stream geguckt und es ist so gut wie nichts hängen geblieben, Alter. Es ist... Ich glaube, auch die Fans waren eher enttäuscht. Es gibt Mario Golf. Wahrscheinlich auch den achten Teil. Keine Ahnung, ob das was ist. Das gab's schon mal, ja. Ja. Also es ist... Und Pokémon, ne, glaube ich. Pokémon irgendwas neu verfilmt. Neu verfilmt, ja. Aufgelegt, ja. Ja, also Pokémon war, glaube ich, nochmal eine separate Sache. So eine Pokémon-Pressekonferenz, bla. Oder Slideshow. Ja, also... Machen wir auch mal eine. So eine Show. So eine Brennpunkt-Internet-Direction-Show. Was in so Zukunft noch kommt, ja. Genau. Wir berichten im nächsten halben Jahr über den Tod der Queen. Udo Lindenberg im Altenheim und so. Und das werden die großen Themen der nächsten Jahre sein. Du hast die Queen jetzt wieder umgebracht, ja. Ich hab's die letzten drei Jahre immer gecallt. Es ist nicht passiert. Ich werd's dieses Jahr nicht callen. Sie wird dieses Jahr nicht sterben. Okay. Dann halt ich dagegen. Okay. Nein, warte. Ich sag, ihr Mann stirbt dieses Jahr. Prinz Philipp. Ja, der eine wurde doch... Der wurde doch schon für tot erklärt, ne? Irgendwie aus Versehen. Ja. Prinz Philipp diese Woche. Übrigens, ist dir mal aufgefallen, wenn... wenn ein Mann ne... also ein König ne Frau heiratet, dann wird die Königin. Aber wenn die Königin nen Mann hat, dann ist das nur noch Prinz Philipp. Ist das so, ja? Ja. Der Mann hebt die Frau in den Wertstatus, aber andersrum nicht. Auch mal schön. Wenn es umgekehrt ist. Ne, das... Ne, das ist... Das ist schlecht, Dino. Das wusste ich ehrlich gesagt echt nicht, dass da... dass das so rummöglich ist. Aber andersrum nicht, dass man... Königin wird, aber nicht König werden kann. Lustig. Ja. Also Freunde, da draußen, wenn ihr meine Königin kennenlernen solltet, nicht heiraten, das bringt euch sowieso nichts. Alter, die sind verheiratet seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Das ist so hart. Der wird... Romantisch. Am 10. Juni wird der 100 Jahre. Schafft er das noch? Ich sag ja. Vor allem, was ist denn das? Der ist in... der ist in Griechenland geboren. Vielleicht ist er auch deswegen, äh... nur Prinz Philipp. Der ist kein Deutscher. Der ist Prinz geworden. Der ist kein Deutscher. Also, Philipp, Duke of Edinburgh, ich glaube, du wirst es gerade so zu deinem 100. schaffen und dann... Ich denke mal, wenn man 100 ist, dann sagt man sich doch, das ist eine schöne runde Zahl, jetzt mach ich den Deckel drauf, oder? Na ja, also, das sag ich mir jetzt auch mit 27, dass so, ähm, geil wär's 100 Jahre werden, dann einschlafen und, äh, nicht mehr aufwachen. Aber bist du mal 100, du bist irgendwie Prinz von England und dir geht's noch gut, dann kann ich mir schon vorstellen, dass du denkst, naja, komm, das GTA 6 halt jetzt auch noch aus. Hm. Apropos GTA 6, Alter, was ist das für eine Scheiße? Durch GTA Online haben die einfach keinen Bedarf mehr, neue Teile zu machen, weil sich das so krass rentiert, geldmäßig. Aber jetzt spätestens mit der Playstation 5 muss doch mal, guck mal, damals, Alter, ich glaub 2001 kam GTA 3, 2002 kam schon Vice City, 2004 kam GTA San Andreas, vier Jahre später, es wurde immer weiter, Alter, vier Jahre später kam GTA 4, dann hat's fünf Jahre gedauert, 2013 kam GTA 5, dann müsste es ja jetzt, wir sind ja schon bei sieben Jahren jetzt, acht Jahre fast eigentlich, ja. Also siebeneinhalb Grad so ungefähr. Also langsam müsste echt mal GTA 6 angekündigt werden, ich hab richtig Bock. Aber kamen nicht immer erst noch so komische Erweiterungen raus, wie bei GTA, äh, GTA 4, da kam noch vorher oder danach San Andreas raus. Ist richtig, aber das habt ihr halt alle nicht nötig, durch, durch die Online, also es kommen ja Online-Erweiterungen quasi raus. Ja. Online-only, Scheiße, Alter. Aber gut, dass wir mal über die Nintendo Direct geredet haben. Ja, voll wichtig, kauft euch die Nintendo Direct und freut euch. Ja, es ist echt nicht spektakulär. Also es gibt irgendwie ein neues Zelda Breath of the Wild 2, bla, irgendwann, ich hab den ersten immer noch nicht gespielt, mir wurde nahegelegt, dass er mir wahrscheinlich gefällt, wenn mir Dragon's Dogma gefällt, aber das ist alles so, oh, ich kann diese Quietsch-Optik nicht sehen, Alter. Ja, geil, voll geil, schön bunt, und hier Splatoon ist halbwegs kreativ, auf jeden Fall ist mal was anderes, aber dieses, weiß ich nicht, warum kann denn Nintendo nicht auch Spiele machen, die irgendwie so ein bisschen grim sind? Brutal sind. Nee, es muss ja nicht mal brutal sein, aber von der, von der Optik, wenigstens einfach, GTA, Mickey Mouse. Ja, wenigstens nicht nur diese Kaugummi-Optik, ey. Ich muss sagen, ich bin ja so in einem Gamer-Haushalt groß geworden, wir hatten ja immer Nintendo, also Super Nintendo und N64 und so, und bis dahin, bis N64 war es richtig geil irgendwie, auch so von den Controllern her, und von den Spielen, aber als dann die Wii rauskam, und es alles so ganz komisch kabellos war, und so nicht funktioniert hat, und die Kalibrierung war nicht so richtig geil, war ich kein Fan mehr davon, bin dann mehr so auf die Playstation umgestiegen. Also Nintendo hat für mich einen großen Nachholebedarf, auch wenn ich die Mario-Spiele halt voll geil finde. Kluge Entscheidung. Und Pokémon. Was, was mich heute ein bisschen backt, aber es war jetzt auch in der Situation nicht schlecht, ich hatte ja die Wahl zwischen Game Boy Color damals, oder Playstation 1, und ich hab mich für den Game Boy Color entschieden, weil der halt mobil ist und so, aber rein spieletechnisch wäre natürlich die Playstation 1 wesentlich geiler gewesen. Das Witzige ist, ich war auch bei der Entscheidung, dass ich Game Boy Color oder Playstation haben durfte, ich hab mich, glaub ich, für die Playstation entschieden, und dann hat mir mein Onkel aber noch zusätzlich, was keiner wusste, mir einen Game Boy Color geschenkt. Du scheiß Reichtum, Mensch. Eigentlich, eigentlich überhaupt nicht, aber da die sich nicht abgesprochen haben, und ich glaub, das war zu einer Schuleinführung, oder ein Jahr später, kam dann der Game Boy Color raus, keine Ahnung. Das war ganz, ganz seltsam. Ich guck mal gerade, weil ich glaube, Pokémon Gold kam da gerade auf den Markt, deswegen wollte ich das unbedingt haben. Ich guck mal, wann das war. Pokémon Golden Edition, Release. Das war 21. November 99. 99 schon, ja, krass. Also ich weiß nicht, ob ich das... Ich bin 2000 eingeschult worden. Ich weiß nicht genau, ob ich das zu dem Zeitpunkt bekommen habe, weil das hätte ja schon mein Geburtstag sein müssen. Wahrscheinlich habe ich es zum Geburtstag 2000 dann gekriegt, aber dann hätte ich ja fast ein Jahr gewartet auf Pokémon Gold Edition, das kann ich mir nicht vorstellen. Egal. War auf jeden Fall ganz okay. Ja, war eine coole Zeit. Ich habe dann meinen Game Boy Color dann verloren irgendwann in der Grundschule. Eie, eie, eie. Das ist mir geklaut worden, glaube ich. Und ich glaube auch, zu wissen, wer es war. Ich hatte immer auch eine Vermutung, wer es gewesen sein konnte, weil ich hatte einen Klassenkameraden, der immer sehr auf meinen Game Boy Color geschielt hat. Ich will keinen Namen nennen. Doch, nenn mir Namen, Alter. Ich stehe vor seiner Haustür. Wenn du doofe Kuh, Huhn, Arschloch, das hörst, ich hätte gerne meinen Game Boy Color wieder jetzt nach über, naja, 15 Jahren, 16 Jahren. Hm. Assoziat. Er hatte auch, er hatte auch, er hatte auch als Funfact ein Nachname wie ein Tier, was, äh, auch als Beleidigung genommen wird. Affe. Als, nicht ganz, aber so ähnlich. Okay. Also es gab dann noch die, ähm, was hatte ich gesagt, die State of Play von Playstation, war jetzt auch nicht weiter spannend. Das Einzige, was da relevant war, für mich so ein bisschen, war das ein Add-on, das ist völlig absurd, also es gab ein uraltes Spiel, Final Fantasy 7. Das wurde jetzt remaked, aber nur ein Teil davon, weil, in, voll auflösend und so, ist natürlich krass, so ein riesengroßes Spiel von damals, was aber in, in Sprite-Optik natürlich sehr viel einfacher zu machen ist, ähm, in diesem großen Umfang. Das jetzt in Full HD umgesetzt, ist natürlich schwierig so, deswegen kann man nur so einen ganz kleinen Teil davon remaken. Und dieses Remake hat jetzt ein Add-on bekommen, von einer Sache, die es damals nicht gab, in einem Story-Strang. Und das heißt jetzt, Final Fantasy 7 Remake Intergrade. Das ist alles völlig absurd. Also, das ist quasi das Remake-Remake. Und, äh, aber ich hab bis jetzt das, äh, noch nicht gespielt. Ich hab das auf meiner Liste, Final Fantasy 7 Remake, würd ich gerne reinschauen, aber, ach, was weiß ich, Alter, ich, ich, ich bring's nicht übers Herz, auch Geld für sowas auszugeben. Also, hast du eigentlich eine, eine Amazon-Wishlist, ich hab keine Wishlist, nee, wurde mir jetzt auch schon öfter gesagt, vielleicht sollte ich das mal machen, aber, keine Ahnung, dann denk ich mir auch wieder, okay, aber bevor ihr jetzt 30 Euro für ein Spiel ausgebt, dann gebt mir lieber 30 Euro ein paar, dann kann ich davon Essen kaufen. Ich weiß nicht, Alter. Also, es ist gerade nicht unbedingt so, dass ich verhungere, aber, weiß ich nicht. Fast. Oh, das Remake, guck mal, das kostet nämlich immer noch hier, 37 Euro sieht's hier, guck mal, neues Angebot, gebraucht, 15 Euro. Ah, das ist, äh, sehr günstig. Das ist aber hier, ähm, mit Gebot. Alles ist blöd. Ich hab auch überhaupt kein Problem mit gebrauchten Spielen, Alter, solange die funktionieren, ist mir scheißegal. Naja, gut, äh, kleiner Abschweifer, auf jeden Fall. Aber apropos scheißegal, ich hab noch etwas, was, äh, Leuten scheißegal war. Es ist keine riesige Meldung, aber ich fand's, äh, irgendwie sehr ironisch, nämlich sollten jetzt die, ähm, die Tariflöhne erhöht werden, für, für Pflegekräfte. Oh, bitte. Und, und Caritas war dagegen, ähm, also dieser, dieser kirchliche Verein, der eigentlich ein Wohlfahrtsverein ist, aber diesmal nicht, hat sich dagegen ausgesprochen, dass Pflegekräfte mehr entlohnt werden. Die haben quasi einem Vorschlag von, von Verdi, ähm, widersprochen. Und das geht gerade so ein bisschen in meiner Bubble, in meiner links-grün-versifften-Bubble, ähm, ziemlich viral. Auch wieder so als, ja, denkt mal, äh, drüber nach, bei eurer nächsten Kirchensteuerabrechnung, so, dass er diesen Verein bezahlt, der aber nicht mal, äh, dafür sich stark macht, dass er mehr Geld kriegt und so. Das fand ich, ziemlich, äh, ironisch. Ach, das ist absoluter Dreck, Absoluter Dreck, Alter. Diese Leute, ne? Wir sind so hart auf diese Leute angewiesen. Also die Christen. Ja. Nein, natürlich die fucking, äh, Pflegekräfte. Ja, die müssten... Voll die Nächstenliebe und so. Es ist nur, nur eine kleine Randnotiz, die ich einbringen wollte, für Menschen, die, naja, vielleicht noch Kirchensteuer zahlen und bisher zu faul waren, ähm, ja, auszutreten. Es wäre ein guter Zeitpunkt, jetzt auszutreten und es gibt immer mehr Gründe dafür. This is not religious advice. I'm not an expert. They just like the stock. Ja. Äh, Tino, welche Farbe Game Boy hattest du denn eigentlich? Wir hatten, ich glaube, meinst du den alten oder den Game Boy Color? Den Game Boy Color. Der alte war, glaube ich, immer grau. Der war, der war gelb. Aha, gelb. In meiner Grundschulzeit und dann hatte ich einen mir gekauft, als ich älter war, der war violett, den ich verliehen habe und bis heute nicht wiederbekommen habe. Aber gelb und violett. Ich sehe hier gerade alle Exemplare. Ich habe gehofft, dass wir vielleicht beide den Gift grünen hatten, aber scheinbar nicht. Ich fand den cool. Den Gift grün hatte auch einen Klassenkamerad von mir. Geil. Der ist klug. Äh, wer auch klug ist, ist, äh, jemand, der irgendwie vor fünf Tagen nochmal in GameStock investiert hat, denn das ist nochmal abgegangen. Ich gucke mal, wie der aktuelle Kurs ist. Es geht halt wieder runter. Also, es lohnt sich immer noch, ja. Naja, das ist ja, also, es ist ja so eine Meme-Sache so ein bisschen, ne. Aber es ist auf jeden Fall am 25. Februar von, äh, zwei oder so von 50 US-Dollar auf 170 hochgeschnellt. Und dann ist es wieder ein bisschen abgefallen. Jetzt pendelt es so hin und her so bei grob über 100. Ich weiß halt nicht, ob ich das mal in der Schule dieses ganze DAX-Zeug und, und, äh, Aktienkram hat mich nie interessiert. Was hattet ihr in der Schule? Ja, ich hab doch so, so Fachabitur gemacht und das war so Richtung Medienwirtschaft. Aber es war fast nur Wirtschaft und ganz wenig Medien und ich fand dieses ganze Aktiengedöns und so furchtbar langweilig. Ja, ich hab das, ich find, das ist ja auch nicht meine Welt. Ich hab ja erklärt, warum ich das geil finde, dass das eher so, äh, die Memes sind und diese ganze Bewegung dahinter. und ich glaub, ich hab mich gerade so ein bisschen selbst geworderbordet. Äh, 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 Quantanamosen, Scheiß dagegen. Äh, ich glaub, ich hab Trinken eingeatmet. Äh, ähm, brenn.internet. Oh, fuck, Alter. Lecker. Das war halt, du hast geredet und dann hab ich gemerkt, du redest gar nicht so lange und dann hab ich ganz schnell getrunken und abgesetzt. Ich kann auch ganz gerne länger ausholen und kann dir eine Trinkpause damit gönnen. Nee, passt. Damit du auch nicht dehydrierst. Nee, ach, alles gut. Ja, also die Aktie ist wieder hochgeschnellt. Wir gucken mal. Also sie ist jetzt leider nicht zum Moon gestartet, sondern es pendelt halt so auf, auf den 100, 120 Dollar rum. Mal gucken. Mhm. Ich hab mich da jetzt nicht nochmal reingelesen. Ich hab wirklich die, die Tage, Alter, oh, geil, Alter, das war so geil. Ich bin so viel, ich war so viel Skaten. Ich hab mich auch schon im Stream drüber aufgeregt. Ich hab, wirklich mir die Daumen blutig geskatet in scheiß Schöndorf, weil da diese Dreckskinder am Start waren, Alter. Aber es ist geil. Es war ja diese Woche endlich mal wieder so richtig warm. Aber nur kurz, also ich find's dieses Wochenende wieder sehr, sehr geil. dieses Wochenende ist wieder wärmer wird. Das ist true. Ja. Aber trotzdem, Alter, dieser Schwenk von minus 17 auf plus 17 Grad innerhalb von unter einer Woche, das ist ultra krank gewesen. Ja. das stimmt. Ich glaube wirklich, Tino, sorry, jetzt mach ich traurigen Real Talk, aber wir sind fucked. Wir sind einfach fucked. Ich hab auch diese Woche wieder gelesen, die Frischwasserfische, die sind zurückgegangen, irgendwie ein Drittel oder so. Dann sind da Erfahrungsberichte von Leuten, die sagen, yo, hier vor 20 Jahren gab's hier noch 45 verschiedene Arten, jetzt gibt's noch 6. Die sind alle am Verrecken. Also, ich, ich halte's nicht für unabwägig, dass 20, 30, 20, 40, 40 spätestens die ersten Gesellschaften oder halt Länderketten zusammenbrechen. Ich glaube, das Ding ist nicht mehr aufhaltbar. Aber kennst du das auch noch von früher, als du ein Kind warst, dass an den, den Autoscheiben auf der Autobahn ganz viele Käfer und, und Fliegen und Mücken und jetzt gar nicht mehr. Biodiversität ist ultra wichtig und wir fucken die halt ab. also, wir machen auch gerade den, wie heißt es, Mass Extinction Event, Massensterben Ereignis. Es gab noch nie so ein krasses Massensterben Ereignis in der Geschichte der Erde wie jetzt gerade, wenn man vielleicht von dem Kometen einen hier absieht. Aber, also, in den 70er Jahren, ja, hat ja das alles angefangen, so mehr oder weniger. Natürlich hat es, mit der Industrialisierung immer weiter, immer weiter, aber also ab den 70ern hat es so einen richtigen, so einen richtigen Schanzensprung gemacht, dass auch ganz, ganz viele Arten aussterben und so. Und das ist in der Geschichte von einem Planeten, das ist ja echt nur ein Wimpernschlag, diese 50 Jahre. Das ist ja nichts. Und ich glaube auch, also Corona hat uns gezeigt, das Ding ist gelaufen. Guck mal, wenn wir es nicht mal raffen, in unserem Egoismus uns zurückzustellen und einfach mal dafür zu sorgen, dass so eine Scheiß-Pandemie möglichst schnell vorbei ist. Wie wollen wir denn dann eine hundertmal so krasse Hürde nehmen? Die Menschheit ist nicht gemacht für so lange Zeit. Ich glaube, die ist verdammt dazu, irgendwie auszusterben nach ein paar Jahrtausenden. Ja, das ist ja der große Filter. Kennst du diese große Filtertheorie? Nee, das glaubt nicht. Dass quasi jede jede Form von Gesellschaft, also Spezies oder was auch immer theoretisch an einen Punkt kommt, an dem sie nicht weiter existieren kann. So, es gibt halt verschiedene Theorien, was dieser große Filter ist. Also, bis jetzt haben wir ja keine andere Spezies im Weltall gefunden. So, und da ist die Theorie, dass die alle ab einem bestimmten Punkt einfach sterben. Weil, und das sag ich jetzt zum Beispiel, weil dadurch, dass wir intelligent sind, werden wir zu Individuen und dadurch kickt aber der Egoismus, sodass die einzelne Person sagt, nee, ich will jetzt nicht auf irgendwas verzichten. Ich mach weiter. Und das ist natürlich dann auch ein gesellschaftlicher Trend. Und dann kommst du an einen Punkt, wo es dann halt nicht mehr weitergeht, weil du zum Beispiel, was weiß ich, jetzt von 0 auf 100 einfach alle Fabriken schließen müsstest, kein Fleisch mehr essen, was weiß ich, alles Mögliche, ja, um eventuell hier noch was rumzureißen. Aber das wird halt nicht passieren. Aber eben auch, nur weil es die Anreize ja vorher gab. Also jetzt müsstest du ja der Menschheit so viel wegnehmen, damit sich die Erde und die Menschheit einigermaßen regenerieren könnte, wie halt, wie du selber gesagt hast, so Fleisch müsste man den Leuten wegnehmen und total giftige Autos und Massentierhaltung und was weiß ich nicht alles und große Industrien. Und wenn es das nie gegeben hätte, wäre es ja gar kein Problem, ja, dass man ohne das lebt. Aber da man ja diese Bequemlichkeit einmal hatte und kennengelernt hat, will halt keiner mehr verzichten individuell. Jeder weiß für sich, ja, es ist falsch, es ist nicht richtig und es macht die Erde kaputt. Aber ich als Alleinstehender, ja, als einzelner Mensch kann daran eh nichts ändern. Deswegen mache ich es einfach jetzt weiter und kaufe halt Plastik und werfe Kippenstümmel auf den Fußboden. Aber wenn es alle irgendwie machen würden, einfach aufhören würden, dann hätten wir schon die Hälfte der Probleme gelöst. Ach Mann, ey, also das Ding ist, selbst wenn wir, selbst wenn wir, habe ich auch mit Herodes schon drüber gesprochen, wenn wir jetzt von 0 auf 100, ja, also einfach ab morgen 0 CO2 hätten, selbst dann wäre ja der Prozess schon im Rollen, das, ja, der Permafrost wäre geschmolzen. Also die konnten dieses Jahr das allererste Mal seit Beginn der Menschheit ohne Eisbrecher durch die Arktis fahren, weil einfach da kein Eis mehr war, was die Boote hätte aufgehalten. So, das ist alles so, das sind alles so Sachen, äh, ich weiß nicht. Wir brauchen noch eine neue Erfindung, die es aktuell nicht gibt, habe ich zu Herodes gesagt. Anders sehe ich das ehrlich gesagt nicht, wie dieser Prozess aufgehalten wird. Und der Mensch, das meinte ich ja auch mit Corona, du handelst halt wirklich, also als Spezies, natürlich jetzt nicht einzeln, es gibt ja auch viele Leute, die Maske auch gleich aufgezogen haben und so Geschichten, aber wenn du nicht wirklich siehst, was los ist als Mensch, dann kannst du das irgendwie nicht so ganz greifen. Ja. So, und ich glaube, wenn die Leute wirklich erst sehen müssen, dass hier irgendwelche, dass das, dass das Trinkwasser zurückgeht, dass hier irgendwelche Stürme über, über fucking Deutschland fliegen oder sowas, weißt du, und Hitzewelle, wo, wo wirklich jedes Jahr dann, keine Ahnung, eine Million Leute sterben. also ich glaube, dann ist halt erst recht zu spät und anders, anders wird so ein, so eine wirklich globale Awareness nicht einsetzen. Ja, ich kann das nur unterschreiben. Ich bin, ich bin ein harter Doomsayer hier gerade so, aber ich bin ja auch sehr, sehr gerne dann vom Gegenteil überzeugt, ja. Ich stelle mich lieber auf was Negatives ein und bin dann positiv überrascht. Ja, ich glaube eben auch, dass es so ein Kampf gegen Wildmühlen ist und man kann nicht mehr machen, als einen eigenen Beitrag zu leisten und, und hoffen, dass mehr Menschen irgendwie einsteigen darin, dass sie weniger Auto fahren, weniger Fleisch essen und so weiter. Ja. Es gibt ja ganz viele Länder, die zum Beispiel jetzt auch fossile Brennstoffautos bis irgendwie 2030, 2035 verbieten oder auch den Import verbieten, aber dann, dann werden die halt wahrscheinlich irgendwie auf der Südhalbkugel, in Afrika oder Südamerika einfach weiterverwendet so, weil die das da noch nicht haben. Die Entwicklungsländer, die kommen ja auch erst und die wollen ja auch irgendwie mal, weißt du, wenn die jetzt gerade anfangen, in unseren Wohlstand zu kommen, wir denen sagen, nee, das gibt es aber jetzt nicht für euch. Ich glaube, da ist viel, viel Potenzial für Scheiße. Alter, hast du schon mal was von Chongqing gehört? Nee. Das ist auch völlig... Chongqing. Ja, ist halt witzig, weil diese Stadt heißt halt wirklich Chongqing, die ist inmitten von China und das ist eine der größten Städte der Welt und kein Schwein kennt die. Ach. Das sind halt einfach mal, Stand 2008 wohlgemerkt, 34 Millionen Einwohner, es ist die weitläufigste Stadt der Welt und die ist innerhalb von 14 Jahren so aus dem Boden gestampft worden. Also die hat schon vorher existiert, aber die ist halt jetzt hart staatlich subventioniert worden, weil die den Westen von China quasi zugänglicher machen wollten, weil der nicht am Meer gelegen ist und da ist eh nur diese ganzen Istans und so als Nachbarländer, die will keiner und deswegen haben die quasi diese Stadt jetzt hart gepusht und die, Alter, das ist so insane, was das für eine riesen Stadt ist. 34 Millionen. Ja, nicht mehr, du kennst Chongqing. Chong? Wenn ich gerade Chongqing eingebe, schlägt es mir vor, meinen Sie Xingxiong? Witzig. Chong, wie man es schreiben würde und dann aber Q-I-N-G. Ach, mit Q? Wird aber Chongqing ausgesprochen. Ah, jetzt habe ich es auch, ja, ja. Chongqing ist eine weitläufige Stadt im Zusammenfluss von Yangsikyang und Diyangling im Südwesten Chinas. Ja, und jetzt guck dir mal die Bilder an, was da in den letzten 14 Jahren entstanden ist. 500 Wolkenkratzer in 10 Jahren, Alter. Das ist einfach nur insane. Das sieht mega westlich aus, ja. So, und weißt du, die wollen auch alle Autos haben. Also, in China ist ja trotzdem auch relativ gut, was zukunftsweisende Technik angeht. Von daher ist das vielleicht nicht das krasseste Problem. Aber alleine die Leute, Alter, 34 Millionen, Alter. Das ist so insane. In Chongqing sind gerade 14 Grad übrigens. Geil. Mit Wind aus Norden, mit 18 Kilometer pro Stunde und 63 Prozent Luftfeuchtigkeit. Ja. Wer gerade zuständig in Chongqing ist, der hört uns wahrscheinlich eh nicht. Wenn wir auch bald nicht mehr hören werden, das sind Daft Punk. Ah ja, stimmt. Um mal umzuleiten. Daft Punk haben sich aufgelöst und ich habe geschaut, die sind genauso alt wie ich, die haben sich quasi auch 93 gegründet, Daft Punk und haben jetzt ihr Ende bekannt gegeben. Ich hoffe, dass die Parallelen mit dem Ende nicht zu mir passen, auf mich zutreffen. Aber sehr sad, weil ich bin mit Daft Punk, kann man sagen, groß geworden. Das ist eine sehr tolle Band, die mich immer begleitet hat, irgendwie so am Rande. Ich habe die jetzt nie bewusst gehört, so über, über, weiß ich nicht, MP3-Player oder CD oder Spotify heute. Aber die liefen immer schon im Radio und bei irgendwelchen Filmen und Dokus und was weiß ich. Und die waren immer irgendwie präsent für mich. und ich fand den Sound immer irgendwie geil. Und ich überlege jetzt durch die Trennung von denen, mir jetzt mal so ein paar Sachen runterzuladen von denen. Ja, also, ja, ich finde auch, die haben okay, sagen, so hat mich jetzt nie so bewegt. Die haben den viralen Hit der Woche hochgeladen, Daft Punk, Epilogue heißt das Ding, hat 21, jetzt 22 Millionen Aufrufe. und, ähm, die haben halt jetzt auch ewig nichts rausgebracht. Also, irgendwie kam das letzte Album vor acht Jahren, oder? Und dann halt so ein paar Feature. Ich schaue mal kurz. Ja, so richtig selber Album haben sie zuletzt gemacht. Es war aber ein Platz-1-Album, ihr erstes Platz-1-Album, ähm, Random Access Memories, 2013. Hm, siehst du? Das war Platz-1-Überall, Österreich, Deutschland. Acht Jahre her. Aber haben noch viele Singles gemacht, dann später. Wie sehen die denn eigentlich aus? Sind die so hässlich, dass die sich unter dem Helm verstecken? Das weiß keiner. Jetzt, wo du es sagst, ich finde hier ganz, äh, ziemlich alte Sachen von denen irgendwie, die haben echt lange nichts mehr gemacht. 2016 Gastbeitrag bei Starboy. Hier sind zwei vermeintlich. Get Lucky. Ja. Get Lucky war so einer der letzten großen Songs irgendwie, von denen. Okay. Ja, also, ist mir egal. Ich kann das nachvollziehen, dass Leute das irgendwie gerne gehört haben und ich finde ja auch Around the World oder, nee, warte, Move Yourself to Dance oder so. Das ist, glaube ich, so der beste Banger, den ich kenne, aber es ist mir halt trotzdem völlig egal. Leute, Electric Light Orchestra ist der fucking shit. Ja, die sind geil. Ja. Alter, was ist denn das? Amber Rose. Ich gucke nach Death Punk. Ach nee. Ach so, das ist noch meine andere Kugelsuche. Nach der Stadt Chongqing. Und dann kommt hier von Amber Rose, Ching Chong, Ching Chong, go back to your country. Nett. Das klingt so ein bisschen rassistisch. Nee, glaube ich nicht. Amber Rose, wer war das denn schon wieder? Ich kann nur Amber Hurt. Amber Rose, ein Model. der Song heißt wie, Ching Chong, go back to your, nee, es war einfach nur ein Tweet. Ach so. Ein Tweet von diesem Model. Ching Chong, Ching Chong. Und wie heißt die? Amber Rose. Kenn ich nicht, okay. Ja. Egal. Wen ich auch nicht kenne, sind die Leute, die in Texas erfroren sind, aber deren republikanischer Repräsentant, Senator Ted Cruz, der kennt die auch nicht. Ich hatte ja letzte Woche berichtet, dass der irgendwie nach Mexiko, nach Cancun geflogen ist, weil es da schön warm ist, als da irgendwie alle, alle Gerätschaften ausgefallen sind. Und der hatte auf jeden Fall gut Shitstorm. Deswegen, mittlerweile sind bis zu, warte, 87 Leute gestorben, innerhalb von Texas, aufgrund der Kälte. Unter anderem ein elfjähriger Junge, der seine dreijährige Schwester vom Erfrieren geredet hat. Und Ted Cruz ist auf so einer irgendwie CPAC-Veranstaltung und das musst du dir vorstellen, Alter, der macht halt ein fucking Stand-up. Er macht einfach ein fucking Stand-up. Und dann er redet er, es ist schön hier, es ist nicht so schön wie in Cancun. Grillenzirpen, Grillenzirpen. Und dann, und dann müssen wir Masken tragen, am besten drei übereinander. Da ist so ein Politiker, der so richtig, so richtig schlecht versucht, Stand-up zu machen. Das ist so bizarr, Alter. Und das, nachdem halt in seinem Scheiß-Staat fast 100 Leute erfroren sind und er schön ins Warme geflogen ist. Also, es ist halt offenes Geheimnis, dass der auf jeden Fall wieder antreten wird als Präsidentschaftskandidat. Wenn der Präsident wird, Alter, dann verliere ich echt den Glauben an alles. Das ist so ein Bastard. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee, der ist, der ist nicht beliebt genug und nicht, der hat nicht den Schneider zu. Ja, also, ich habe auch das Gefühl gehabt, als ich dieses Stand-up gesehen habe, ich hatte wirklich so das Gefühl, dass, dass er jetzt irgendwie diese Trump-Rolle so ein bisschen einnehmen will. Aber kann halt nicht jeder. Naja, egal. Nicht alle können Trump sein. Wollte ich nur kurz mit reinnehmen und sagen, fuck off. Was aber auch noch in Amerika passiert ist, ist, dass eine Boeing 777 von Denver nach Hawaii geflogen ist, aber beim Abheben hat ein Triebwerk Feuer gefangen. Und da gibt es ein virales Video draus, wie einer aus dem Fenster filmt und es brennt halt einfach draußen. Dieses Flugzeug ist trotzdem gelandet, gab es viel Applaus innerhalb des Flugzeugs, aber es hat so ein Stück von dem, also das Triebwerk, das ist ja so eine Turbine, wo vorne so ein Deckel quasi drauf ist und dieser Deckel ist abgefallen und ist in einem Hinterhof gelandet. Gab es auch ein virales Foto. Ganz knapp neben dem eigenen Haus kam das Ding runter, lag dann im Hinterhof auf der Wiese. So ein Riesending. Sehr geil. Und was heißt das? Kudos an den... Was heißt das? Nein, brennende Triebwerke sind nicht gefährlich für Flugzeuge. Ja, aber angenehm ist es sicher trotzdem nicht, wenn du rausguckst und dein Flugzeug brennt. Nee, ich glaube, jetzt haben wir ja den Beweis, schwarz auf weiß oder auf Filmaufnahmen, dass jetzt, wenn so ein Triebwerk brennt, ein Flugzeug kann trotzdem sicher landen und fliegen. Das heißt, diese ganze Feuerwehrindustrie wollte uns nur weismachen, dass Feuer schädlich wäre für Flugzeuge. Ja. Ich sehe, was du tust. Ich sehe es. Fick die Feuerwehr, ey. Das habe ich nicht gesagt. Das würde ich niemals in den Mund nehmen. Na gut, dann halt nicht. Ja, Kanada hat jetzt endlich mal dafür gewotet, dass die chinesische Abfertigung von Uiguren Genozid ist. Gesundheit. Also Kanada hat jetzt auch das als Genozid erkannt. Es wird höchste Eisenbahn, dass ich mein Video rausbringe. Kommt zeitnah. Es ist ja jetzt auch warm. Halbwegs. Einigermaßen. Also diese Zahlen in Weimar machen mich wahnsinnig, diese Corona-Zahlen. Es war unten auf Paaren 50. Wir sind gerade... Dann ist wieder auf fast 80 hochgeschnellt. Die sollen mal klarkommen auf ihrem Scheißleben. Ein Achterwahn der Gefühle. Es soll mal mindestens so entspannt sein. Aber hast du denn den Facebook-Beitrag gesehen? Hast du diesen Beitrag gesehen, den ich dir geschickt habe, von meinem Bekannten aus China? Ach so, ja. Habe ich da nicht sogar irgendwie drauf geantwortet? Das war doch ganz großer Quatsch. Ja, eben. Also der halt auch meinte so von wegen, dass das mit den Uiguren gar kein Genozid ist und auch kein kultureller Genozid. Ich habe dem geantwortet. Ich habe ihm gesagt, er soll doch mal die Definition von Genozid googeln. Das muss kein Mord geben, um Genozid zu sein. Ich war von ihm ein bisschen überrascht, weil ich ihn schon seit ein paar Jahren über Facebook halt kenne und er eigentlich recht intellektuell wirkte und gute Kritik übt, auch an der Regierung und so. Aber jetzt fängt er irgendwie an, seit Corona auch so ein bisschen seltsam drauf zu sein. Und er lebt ja auch in China und es kann sein, dass er deswegen, weiß ich nicht, deswegen auch ein bisschen pro China ist. Ich weiß es nicht, aber ich fand es von ihm befremdlich. Strange, strange, strange. Was auch befremdlich ist, ist für viele Menschen, hast du vom EU-Impfpass gehört? Hatte ich mal was von gehört, aber das wüsste ich gerade jetzt nicht so genau. Da gab es doch irgendwie eine Problematik, das wird deswegen nicht irgendwie. Ich sage jetzt eh wieder nur irgendwas Falsches. Erklär du. Nee, also es gibt jetzt so Vorschläge aus verschiedenen Seiten, dass es einen Impfpass geben soll, europaweit. Und unter anderem wird vorgeschlagen, dass man dann gewisse Läden und Konzerthallen nur für Menschen noch öffnet, die geimpft sind, wo sich viele beschwert haben, aber was ist, wenn ich nicht dran bin und da dürfen alle schon irgendwie ins Theater, ich darf es nicht. Aber es wäre ja eh erst frühestens dann, wenn alle Menschen die Möglichkeit hatten, sich impfen zu lassen, aber sie abgelehnt haben. Ab dann dürfte man frühestens so einen Impfpass einführen, der dich quasi hereinlässt in solche Veranstaltungen. Aber es ist doch noch nicht mal letztendlich geklärt, ob du trotz Impfung nicht auch anstecken kannst, oder? War das nicht so? Nicht so richtig. Nee, es gab sogar so einzelne Fälle von Leuten, die trotz Impfung Corona bekommen haben, aber das waren wenige Fälle und es ist ja bei keiner Impfung ausgeschlossen, dass man irgendwie sich noch anstecken kann. Also da ist jetzt diese Corona-Impfung nicht anders als, weiß ich nicht, eine Grippe-Impfung. Also ich hoffe, also meine Wahrnehmung ist, dass die Akzeptanz dessen auch gerade so ein bisschen steigt, weil die Leute vielleicht auch einfach langsam keinen Bock mehr haben und das halt als Ausweg einfach da ist so. Und alter, entspannt euch halt, scheißt euch nicht ein. Mein Gott, ey, die ganze fucking US-Regierung ist schon seit Monaten durchgeimpft. Also denen wird schon keine Pestbeule mehr wachsen oder Windows. Auch da gab es wieder so widersprüchliche Sachen von Corona-Leugnern. Auf der einen Seite haben sie gefordert, dass sich die Regierung zuerst impfen lassen soll als Beweis, dass sie sicher ist und dann als Lauterbach meinte, er lässt sich impfen, dann hieß es, ja, er nimmt den Leuten, die es wirklich brauchen, die Impfdosis weg. Ich dachte mir auch so, ja, egal was die machen, so ist es irgendwie falsch. Ja, aber also das sind halt immer so Wahrnehmungssachen. Da würde ich aufpassen, denn das sind nicht unbedingt die gleichen Leute, die das sagen. Es wirkt vielleicht so, aber es sind nicht exakt die gleichen. Naja, man findet es schon beides in diesen ganzen Telegram-Gruppen, die es da gibt, von Hildmann und so und ich weiß nicht, wie die ganzen Gruppen noch so heißen. Dem geht es ja eh nicht um die Wahrheit, dem geht es ja nur ums Narrativ, dass die Bösen da oben, weißt du, dann ist ja klar, dass alles scheiße ist, was die machen. Ja, das meine ich ja eben, das ist doch schon immer auch von der AfD die Taktik gewesen, erst Sachen zu fordern und wenn sie umgesetzt werden, das dann zu kritisieren. Das war ja auch so mit dem Lockdown, als Anfang letzten Jahres die AfD noch groß betitelte auf Facebook und überall Lockdown sofort, Merkel muss reagieren, der Virus ist gefährlich und kaum gab es einen Lockdown, haben sie erst noch geschrieben, ja, AfD wirkt, endlich machen sie Lockdown. Dann nach ein paar Wochen hieß es wieder, ah, Lockdown ist, weiß ich nicht, es gibt Maulkorbe und wir dürfen nicht mehr arbeiten und Lockdown muss gelockert werden und also sie, weiß nicht, sie drehen sich halt mit dem Wind und wollen immer dagegen sein und das findest du halt auch in diesen ganzen Telegram-Gruppen wieder, egal was passiert, irgendwas macht Merkel immer falsch. Ich bin mal gespannt, was sie alles falsch macht nächstes Jahr. Ja, gar nichts. Ja, eben. Aber ich wette, sie ist dann trotzdem noch an einem schuld. Ich wäre sehr gespannt auf ein Buch von Merkel nach ihrer Kanzlerschaft, dass sie dann mal so richtig raushaut, so was, was sie gedacht hat und man kann ja als Kanzlerin nicht immer sich so äußern, wie man es am liebsten möchte. Man muss ja auch diplomatisch handeln und sich äußern und so richtig ist irgendwie, weiß ich nicht. Den Führergruß muss sie sich immer am Hals zurückkneifen, ne? Ja, die Arme, oder? Und so richtig ist, jetzt rede ich oder, ähm, weiß ich nicht, der Maulkorb ist ab, Merkel spricht oder sowas. Das wäre richtig cool. Ich finde das ja schon ganz gut, wenn man so irgendwie so professionell und immer ruhig ist. Das ist ja so eine Sache, die sie eigentlich ganz gut macht, ne? Dass sie wirklich, sie hat da ja immer dieses, ich fasse mir an den Daumen, der Ruhe-Daumen und so, bleibt ganz entspannt. Aber ich finde es auf der anderen Seite auch irgendwie sehr, sehr, sehr viel besser, wenn Leute irgendwie Emotionen zeigen und menschlich sind. Aber natürlich sage ich das jetzt auch nur in dem Fall, wo es mir halt gefällt, wenn natürlich irgendwelche AfD-Politiker, äh, Emotionen zeigen und dann irgendwie Wutrede im Dingens, ich weiß nicht, dann fände ich es halt wieder nicht geil. Aber du weißt ja, dieses, äh, dieses entmenschlichte Politiker-Sein, das ist halt irgendwie, ich glaube, deswegen haben die Leute auch viel nicht so Bock, weil das alles, diese Unauthentizität noch ein bisschen mehr pusht. Ich weiß. Ja, ich kann das auch, auch nachvollziehen, so, so, soziologisch irgendwie. Genau, wenn man, Trump zum Beispiel, der hat ja auch nicht wirklich einen Filter so, weißt du, der hat einfach rausgehauen. Und so dieses, dieses Ding, weiß nicht, Gregor Gysi geht vielleicht auch ein bisschen in die Richtung, der kombiniert das vielleicht ganz gut, weil der ist ja trotzdem irgendwie professionell und kann sich halt im Vergleich zu Trump auch einfach gebildet ausdrücken. Aber ich denke mal, dass der, dass der so beliebt ist, weil der halt so ein bisschen in diese Richtung ist. Ja, Sprache ist halt sehr wichtig, ja. Also Gysi ist ja einer, der spricht auch frei von der Leber weg, aber sehr gewählt und auch diskriminierungsfrei zum großen Teil und versucht wirklich auch dann sachlich und menschlich schwierige Themen leicht zu verarbeiten und sie rüberzubringen. Und Trump ist ja einer, der einfach nur filterlos Sachen raushaut, ohne nachzudenken. Und das ist ein Unterschied für mich. Ich zum Beispiel, wenn ich so Debatten verfolge, so über, weiß ich nicht, im Bundestag oder andere Diskussionen auf Bühnen und da reden halt fünf Leute emotionslos über, über gewisse Themen, finde ich es halt trotzdem spannend, weil ich will halt die Argumente kennen und ich möchte gerne auch die Widersprüche mitbekommen und die Gegenargumente mitbekommen. Ich brauche keine Emotionen in solchen Debatten. Mir geht es meistens echt einfach nur um die Faktenlage und um die Argumente, die es gibt. Aber ich kann auch die Menschen verstehen, die jetzt nicht ganz so Bock haben auf tiefgehende Politik, dass sie es schon ganz geil findet, wenn mal jemand schreit oder wenn jemand auch mal weint und Menschlichkeit zeigt. Und es kann ja auch nochmal so ein Argument unterstreichen, wenn Merkel dann doch auch irgendwie den Tränen nahe ist und sagt, es fällt mir ja auch schwer, aber es geht gerade nicht an, dass wir ein Menschenleben retten. Das kann es unterzeichnen, aber es sollte halt trotzdem auf einem hohen Niveau sein und die Emotionen dürfen nicht überkochen und überhand nehmen. Ich finde, dass es als Emotionen dann eher so ein Argument unterstreichen sollten und verdeutlichen sollten. Finde ich zumindest. Wir haben schon gar nicht mehr so viel Zeit, aber eine Sache, will ich auf jeden Fall noch einbringen, Tino, nämlich einen kleinen Funfact. In Katar wurde ja ganz, ganz viel gebaut, um die WM 2022 zu unterstützen. Bist du da so halbwegs im Bilde. Katar, kleines, winziges Ländchen neben Saudi-Arabien. Aber weswegen nochmal? Olympia oder WM? Nein, Fußball-WM. Fußball-WM. Ja, habe ich mitbekommen. So, und ich glaube, vor zehn Jahren haben die schon angefangen, da zu bauen. Innerhalb dieser Zeit bis jetzt. Was meinst du, wie viele Migrantenarbeiter sind in diesem Zeitraum da gestorben? Ja, um die 100 bestimmt. Die haben da schön menschliches Leid und einfach Tod und Verderben hingeschmissen, um diese Dingsens zu... Oh, du kriegst einen Anruf. Nee, ich kriege einen Anruf. Was ist denn jetzt los? Alter. Oh, weah. Ich nehme gerade auf. Hört man das? Nee, hört man nicht, ne? Nö, ich höre nichts. Ich kann nur sagen, wo gehobelt wird, fallen halt auch Sklaven. Ja, also, Tino, du sagst 100? 100 bestimmt, ja. Es sind 6.500, Tino. 6.500 Leute sind da in der Sonne einfach wegkrepiert vor Erschöpfung. Geil. Was? Oh Gott, oh Gott. Und das ist aber schon bekannt irgendwie auch in den Medien, oder? Es gibt ja auch viele Leute, die Fußball-WM in Norwegen zum Beispiel, die wollen halt, also ein Club, nicht Norwegen an sich, die wollen die WM boykottiert sehen. Weil es halt nicht, also zu welchem Preis, weißt du, und überhaupt, die findet ja auch im Dezember statt diesmal oder November, Dezember und selbst da ist es halt in fucking Katar ultra heiß. Ja, das kann ich voll nachvollziehen. Also, wenn es da solche Strukturen gibt und da echt Menschenleben dranhängen, die auch echt gestorben sind und vor allem in der Masse nur wegen so einem Gebäude unter Menschen ausgebeutet worden sind und es gab keinen Arbeitsschutz, da kann ich schon verstehen, dass man da erst recht dagegen ist. Eieiei. Das überrascht mich ein bisschen. Ich hätte schon 100 als sehr hoch erfunden, dass 100 Menschen gestorben sind. Super geil. Richtig, richtig geil. Hauptsache, der Fußball rollt. Es gab noch eine andere virale Geschichte, die ich ganz oft gelesen habe, die ich erst gar nicht reinbringen wollte, aber sie kam immer wieder irgendwie, wurde mit ihr hochgespült bei Twitter. Lady Gagas Hunde wurden entführt. Nein! Und das ist ja noch keine Meldung wert, aber sie hatte wohl Hundesitter und einer von denen wurde angeschossen und die Hunde wurden entführt. Und daraufhin hat Lady Gaga sofort eine Belohnung ausgesetzt von einer halben Million Dollar, wer die Hunde wiederfindet und nach ein paar Tagen kam tatsächlich auch eine Frau, hat die beiden Hunde zur Polizei gebracht und der Staub zieht natürlich das ganze Geld ab und böse Zungen behaupten, dass die Frau vielleicht daran beteiligt gewesen sein könnte, aber es gibt zumindest bisher keine Beweise dafür. Aber ich fand es sehr interessant, dass es Menschen gibt, die Lady Gagas Hunde entführen und dass dann irgendwann eine Frau auftaucht, die die einfach wiederfindet und die abgibt. Weil die müssen ja auch irgendwie ein, weiß ich nicht, ein Lösegeld hätten die auch fordern können dafür. Menschen tun alles für Geld, aber geil. Schön, dass die wieder da sind. Kim Kardashian will sich ja von ihrem Mund scheiden lassen. Oh nein. Nee, das hatten wir ja letzte Woche schon. Ja, ich weiß. Lady Gaga. Ich habe auch noch rausgefunden, ich bin jetzt Krypto-Experte. Cool. Ich habe rausgefunden, dass eine fucking Interaktion, also eine Transaktion Bitcoin hin und her schicken, 657 Kilowattstunden braucht. Weil... Habe ich auch gehört, dass das alleine das Aufrechterhalten von Bitcoins schon sehr kostenintensiv sind. Man da richtiges Server braucht und eigene Rechner dafür. Ich gebe jetzt hier kein Financial Advice, aber ich glaube, das hat keine Zukunft. Also zumindest, zumindest diese Art von Krypto. Es gibt ja, also das, äh, Bitcoin verwendet die Proof-of-Work-Methode und da werden quasi die ganze Zeit so, äh, mathematische Aufgaben gelöst und das, äh, sorgt halt für einen hohen Stromverbrauch. Deswegen, ich glaube, die Bitcoin-Bubble, die platzt, investiert lieber in, in GameStop. Äh, this is not Financial Advice. Ich hatte es noch nie, nie verstanden, was Bitcoin eigentlich bedeuten soll, warum das so viel Energie zieht und was da alles gerechnet werden muss. Na, das ist ja, damit man das nicht, äh, zurückverfolgen kann, sozusagen. Hm. Braucht's nicht für mich. Aber die handeln ja auf dem Schwarzmarkt mit Bitcoins, ne, so, also in diesen, ähm, im Darknet. Nur. Das sind alles Verbrecher, die Bitcoin haben. Bestimmt. Ausnahmslos. Aber eine Sache lese ich gerade noch, ähm, das ist eigentlich ein Thema für dich, dass die Trump-Anhänger das Kapitol sprengen wollen. Ja, stimmt, das hatte ich auch irgendwie gelesen, aber das, also ich, äh, ich überlese sowas halt immer mit wollen würde, könnte. Erst wenn es passiert ist, ist es spannend. Ja. Naja, also. Erst wenn die Leichenberge quasi rausgetragen werden aus dem Kapitol, erst dann fängt Robben an, sich die Finger zu lecken und sich Notizen zu machen in seinem Telegram-Kanal. Ist so. Ist so, ist so. Ne, ich hab das schon auch gelesen, aber es war jetzt auch nicht so, dass sie, äh, schon Sprengstoff oder sowas gefunden hatten, ne, nur dass sie irgendwie, irgendeine Gruppe hat besprochen, wir wollen eventuell irgendwie sowas, oder? War das nicht so? Ich hab's nur am Rande verfolgt, ich dachte, dass du das dann berichten wirst. Und ich wurde da arg Ach so, aber, das dürfen wir natürlich nicht unter den Teppich kehren, der großartige Joe Biden, ja, keine Regierung schafft es, nicht den Nahen Osten zu bebomben. Joe Biden hat die ersten Bombs auf Syrien getroppt, auf eine, äh, auf eine Miliz, die, die, glaube ich, vom Iran irgendwie, äh, supported wird, oder zumindest irgendwie toleriert, ich hab's nicht so ganz mitbekommen, ist mir auch scheißegal, Alter, es ist so dumm. Bernie hätte, glaube ich, nicht in Syrien gebombt. Egal. Wahrscheinlich nicht. Ja, was willst du, was willst du dazu sagen, ja, die USA bleiben halt irgendwie Kriegstreiber und ob da jetzt so ein Die Weltpolizei sind die. Ja, wenn halt so ein Vollhonk wie, wie Trump da sitzt, oder ob es jetzt irgendwie Joe Biden ist, der zwar, ähm, irgendwie menschlich einigermaßen okay ist und tolerant ist, aber trotzdem bleiben die halt Kriegstreiber und, und lieben es Bomben abzuwerfen auf kleine, kleine Länder so, die halt Geld und Öl haben. Das ist halt deren Scheißmentalität, dieses American Exceptionalism, Alter, wir sind die Geilsten, wir müssen den Leuten jetzt hier mal zeigen, wie sie zu leben haben und so. Also, klar, wahrscheinlich hat Amerika oder halt die USA haben wahrscheinlich noch, noch gerade so ein besseres, äh, Gesellschaftssystem als Syrien gerade, ja, aber trotzdem, das ist halt glaube ich wieder so ein, so ein Penis auf den Tisch gelege gegen den Iran gewesen, weil die ja irgendwie, das ist auch völlig absurd, Alter, Iran und USA, die hatten ja so ein Deal, die hatten, äh, ich weiß nicht genau, wie es war, also, Iran rüstet nicht weiter nuklear auf und dafür lässt, die Vereinigten Staaten lassen die in Ruhe oder irgendwie sowas, ja. Trump ist aus diesem Deal rausgegangen und jetzt ist, ist ja Biden am Start und sagt aber, damit wir wieder in den Deal reingehen, müsst ihr zuerst, ja, also, die Vereinigten Staaten haben den Vertrag schon gebrochen und wollen jetzt vom Vertragspartner, dass er zuerst Zugeständnisse macht, damit die wieder mitmachen. Das ist alles so dumm. Tja, Schluss mit America First. Ach. Oh Gott, ey. Egal. Das ist hier wieder zu viel, äh, Amerika und weltpolitische Scheiße. Wir wollen über Memes berichten, aber es gab's diese Woche leider einfach nicht so. Keine guten Memes, keine guten YouTube-Skandäle. Nee. Die Woche war wirklich schwach, oder Tino? Ja, ich hab noch gelesen, dass Hildmann wohl angeblich im Urlaub ist. Ähm, es kam aber raus, dass er geflohen ist voller Justiz. Es gibt wohl einen Haftbefehl gegen ihn und, ähm, er ist jetzt ein illegaler Flüchtling sozusagen. Geil. Das war noch recht, recht ironisch. Sehr geil. Aber sonst, so Pipi-Kacka-Nachrichten von wegen, Bibi ist wieder schwanger oder Julien Bam hat sich verrechnet, gibt's die Woche halt nicht, ne? Nee. Ich guck mal, was bei Bibis Beauty Palace grad so abgeht, was so das neueste Video ist. Neues Auto plus XXL-Vlog. Oh, geil. Julienko hat ein neues Auto. Oh, geil. Hoffentlich ein richtig fetter SUV. Ich distanziere mich von Amazon, aber ich, ähm, würde die, die Serie wie Kinder vom Bahnhof Zoo empfehlen. Die kam jetzt raus, die ist ziemlich gut. Die ist angelehnt an, äh, auch das Buch und, äh, die Story von Christiane F. Mhm. Das ist ziemlich gut. Kann man sich angucken. Alter, what the fuck geht denn bei dieser Bibi? Ich teste extreme Po- und Brust- Alter. Po- und Brust-Push-Ups. Oh Gott, ey. Hi, meine Lieben. Hals, Maul. So, damit haben wir jetzt auch den Bogen gespannt zum Anfang. Hals, Maul, Bibi. Hals, Maul. Ja. Tino, der Wochegeber, weiß ich nicht, so eine Zwei oder so. Ja, eine Zwei, würde ich auch sagen. Ja, ja. Also, es war echt ein bisschen lahm. Und die Zwei auch nur wegen den Hunden von Lady Gaga. Weil mich das sehr mitgenommen hat, so. Weil auch die Hunde mitgenommen worden sind. Ja. Ansonsten, ja, eine Zwei ist gut. Also, ich hatte eine geile Woche an sich, aber so Geschehnisse im Internet haben sich auf jeden Fall nicht, nicht gerade angestrengt. Ja, meine Woche war auch sehr schön. Also, eher so im Offline-Bereich. Ja, Wetter war schön. Ich war im Park. Ich war ganz, ganz viel spazieren und wandern mit Abstand mit so ein, zwei Leuten. Das war schon toll, aber es ist halt nicht viel online passiert. Es kann sein, dass viele Menschen gerade draußen waren letzte Woche und deswegen so viel oder so wenig wie rein war. Ja, Alter, am Bauhausplatz, wo ich ja bisweilen mal skate, das war insane, was da auf einmal für fucking Kinder am Start waren. Das war wirklich dieser Platz, lass es 50 bis 100 Leute in dem Schwenk so gewesen sein. Das waren echt viele. Das ist dann echt nicht mehr geil, du. Ich war bei ganz vielen anderen Plätzen dieses Jahr, äh, diese Woche, dieses Jahr. Ich bin gerade abgelenkt, ich gucke mir gerade Bibis gepushten Arsch an. Geil. Ist das seltsam, Alter. Arsch-Push-Up. Ja, Menschen vergesst nicht, Menschen vergesst nicht, ne? Menschen vergesst nicht, es ist immer noch irgendwie eine Pandemie, macht mal nicht zu viel Kack irgendwie, dass ihr euch, trefft euch mal nicht in großen Gruppen und knutscht euch nicht alle ab. Ja. Trotzdem, auch wenn es schön draußen ist, ich finde es ja persönlich okay, sich mit einer Gruppe im Park zu treffen, so eine Handvoll und mit Abstand irgendwie sich hinzusetzen und zu quatschen und was zu trinken, aber so dieses auf Lande hocken und weiß ich nicht, das muss halt nicht sein oder vor allem auch drin nicht. Und erst recht nicht, wenn man Dreck-Scooter-Kit ist. Scooter? Was hast du gegen Scooter? Roller-Scooter, ich weiß nicht, City-Scooter heißen die doch, oder? Egal. City-Roller kenne ich. Guckt euch mal Videos an von Profi-Scooter-Fahrernern, selbst das sieht irgendwie nicht so geil aus. Die machen da Saltos und alles und selbst das sieht dumm aus. Sieh nur, genug jetzt. Scheiß-Scooter. Ja, komm. Mach mal Schluss. Mach mal Schluss. Wir enden mal unser Leben. Ja. Okay. Dann, liebe Leute. Wir enden nur den Podcast. Unser Podcast-Leben für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns aller spätestens nächste Woche wieder. Geil. Einen gesegneten Tag noch. Ja, wir haben noch einen, wir haben noch einen Hörerwunsch, ne? Gib es. Davon nicht vergessen. Gut. Den könnt ihr auch haben. Die Musik auch. Tschüss. Wo war er? Tschüss. Hey, boy.